Stuba bestellen. Bitte seine Fünf-Sterne-Fahrt. Hey! Stuba? Ja? Sei cool, sei nett. Hey. Hallo, ich bin Rick Cavanian und spreche Stu in der neuen abgefahrenen Komödie Stu. Fünf-Sterne was? Nee, wie heißt es? Ah, sorry, ich hab dir voll die Karte gekriegt. Hi, ich bin Rick und mit ist ein... Uns gehen die Böster aus. Gib Gas, Mann. Oh, hat noch nicht gereicht, Augenblick. Noch ein paar Mal hin und her, dann haben wir's. Hey, Kino-Freunde, ich bin Rick Cavanian, die deutsche Stimme. Das gibt's nicht. 22 Stunden. Hi, Rick. Wie geht's dir? Ich bin Stu. Er war ein komplizierter Mann. Er stand auf Blowjobs. Und zwar von hinten. Weißt du, wie schwer das ist? Natürlich. Was? Was? Spa. 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 Ich will in den Spa. Direkt, direkt. Hallo zusammen. Hallo zusammen. Ich bin Rick und fake im Seiden. War hast du meine Stimme? War hast du? War hast du? Ich bin Rick und fake im Seiden. War hast du meine Stimme? War hast du? Ich versuch's ja. Ich komm halt nicht... Ich komm nicht ganz so hoch. Danke. Danke, Lissi. Ich erschef dir die Welt. Ich erschef dir die Welt. chu